Beiloy Du befindest dich wohl in der Nähe Eine Brutstätte an der Küste Du erlangst vielleicht weitere Maschinenüberbrückungen im Kern Ich habe die Position auf deinem Fokus markiert Danke Gaia Schock Munition könnte hier helfen Schocken 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 Es geht Eine Blutstätte. Genau da, wo Gaia gesagt hat. Sieht schwer bewacht aus. Aber wenn ich den Kern erreiche, finde ich bestimmt Daten zur Überbrückung meiner Maschinen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Von hier aus kann ich runterschwimmen. Das war's für heute. 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 Dann fahr's für heute. Das war's 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 für heute. Vielleicht kann ich da hochklettern. Ich peut sie mal einschalten. Okay, das ist wohl besser, als zu peteren. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Ich sollte den Kuhn abhängen. Ich sollte den Kuhn abhängen. Ich sollte den Kuhn abhängen. Das war's. Das war's. Ich muss etwas finden, womit ich das Gelände erreiche. Das war's. 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 Was ist das? Was ist das? Ich kann das Ding nicht im Wasser bekämpfen. Ich muss mich beeilen. 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 Ich muss 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 beeilen. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.